Tampa, Tumpa, in der Tumpe, in der Pampa. Ja, es ist Manny Sixer. Willkommen hier bei Tampa. So, ist auch ein Spiel nach dem Motto Play It Home. März 2021, so. Ja, kostenlos natürlich. Play It Home. Gibt ein paar, was, neun Spiele oder so, keine Ahnung. Viele von uns sind VR, das Tier ist auch VR, aber ist auch VR, also geht aber auch ohne. Ja, gut, das könnt ihr jetzt nicht spielen, alles klar. Wir machen keinen Weichen, das erste Mal. Ich mach einfach mal ein bisschen, ja, wahrscheinlich mit der VR-Brille, VR-Brille wird man gut bescheuert hier oder was, ja. Dann machen wir jetzt zwei Schnitt. Wie zu spät? Wann jetzt? Hä? Komisch. Da muss man genau drücken, am besten ja eine Mikrosekunde. Man muss eigentlich nichts machen, sonst, ja, also zu spät drücken, ne. Wie gesagt, das erste Mal, keine Ahnung. Ja. Man hat immer, soweit man was sieht, wo man drücken muss, immer, also eine Sekunde Zeit, Bedenkzeit. So, ich drück jetzt schon, ne, was, bin ich nur nix. Ja, als ob. Als ob, da kommt ich, ist er drückisch, dann steht er zu spät. Komm, hör auf, ich bin ziemlich schnell sonst bei so Spielen, komm. Ja, macht viel Spaß. Ich schätze mal, wenn ich die Brille auf hätte, hätte ich schon lange übergegenschmissen. Komm, mach ich die weiterkommen, äh. Na ja, anderer Hintergrund. Was heißt, anderer Hintergrund, ja, so ein bisschen zu spät, ja, lächerlich. Da kommt X drückisch drauf. Ja. Muss man genau drauf drücken. Am besten, wenn die drei Daschen steht, äh eins, ja, wenn die letzte Zahl drauf steht, muss man drauf drücken, sonst bringt das hier alles nix. Egal, hoffentlich steht ja mal, dass man mit nem anderen Knopf drücken muss, weil sonst die ist, weil wir nicht falsch hindurch rum. Ja, ist doch lächerlich, da, macht viel Spaß, glaubt mir halt, nämlich gar nix. Und bald geht hier nett ab, einiges, also gar nix. Zu spät, so, hier kann man rumschleiden, wieder zu spät drücken. War für ein Scheißspiel, äh, mit der Brille, die wäre schon lange irgendwo hingeflogen, äh. Naja, wie gesagt, jetzt hier ist es ohne VR-Brille, wahrscheinlich schon besser so. So, mal Level gepackt. Ich kann mir hier was gut rumschleiden, fahren. Ja, der Hit, der Hit ist was anderes, naja. Viel mehr kann ich natürlich nicht machen, ey. Wahrscheinlich ist es sogar noch zu spät immer hier gedrückt. Dann geht mir mal gar nicht ab, da Tia. Weil nicht alles so reagiert, wie reagieren soll. Mal gucken. Jetzt sind wir angezockt, jetzt sind wir durchgezockt. Ja, keine Ahnung, ey. Ich bin mal dasselbe irgendwie... Oh, mal kaputt gegangen, okay. So, hätten wir jetzt eine Brille aufgehabt, die VR, die VR-Brille. Dann wären wir wahrscheinlich schon umgekippt oder was. Na ja. So, fängt jetzt hier was? Hier, ne. Fängt nicht von vorne an, okay. Probiert das noch einmal. Wenn nicht, wird mein Gehörter besser gleich gelöscht. Ist mir egal. Zum Glück war der gratis noch genug andere Spiele, die ich bezahlt habe oder sonstiges. Hier regt mich ein von Hof. Ja, mit der VR-Brille, VR-Brille wird das wohl, ja, hart aussehen. Aber, ja. Weiß nie los. Keine Ahnung, was man noch machen muss. Jetzt muss man ja immer dann X drücken, aber, also, ja. Hier dann immer genau X drücken, soweit hier so ein Ding da im Boden kommt. Jetzt, ne, zu spät, zu früh. Wann jetzt? Da muss man auf jeden Fall so machen. Jetzt sind schon die Augen weh wie Sau. Jetzt schon, obwohl kein VR-VR ist. Geh mir auf die Eier, aber das ist noch mal... Ich muss ein bisschen weiterkommen. Ich will dann immer X drücken, aber was? Das muss man eigentlich nicht machen. Lenken. Brauchen wir auch nicht. Ab in den magischen Dreieck. Ich weiß nicht was. Ich habe gar nicht geguckt, also... Ja, muss man lenken, was? Ja, ja. Mhm. Jetzt drücken wir nur X. So. Lenken muss man dabei. Hä? Ja. Da rafft man nicht viel, ehrlich gesagt. Egal. Boss gepackt, erste Welt gepackt, oder was? Und schießt Kai Kulowski bei Dole. Und schüssi. Alte. Drrt. Mal erstmal schneller auf einmal. Das sollten wir auch machen, oder? Ja. Wenn nicht, äh, ja. Wenn nicht, äh, ja. Wenn nicht, wird man da, alles klar. Drrt. naja wie gesagt die geht es ja auch ohne via ohne feuer das stand ja nur kompatibel nicht erforderlich deswegen geht er doch so ist immer auch mal cool okay ist ja ich lenken müssen hauschnitt ein fehler okay so ein weiterer versuch trophäen ja keine ahnung wie zu erreichen sinne die schwer sind ja schon gestern immer zu lenken naja ja zum glück kostenlos man kann vor hinein kann man schon da in die richtung lenken wo man will macht man keinen fehler schön sogar ja sieht so ganz cool aus schätzen mit der brille ich war wird mal gut verrückt wenn man spielt tun jetzt schon die augen weh na gut so was soll ich sagen so einfach sowieso sind zeigen so war okay das ist ein deutsch kann man nichts sagen kommt ja was soll es war eh kostenlos wie gesagt deswegen so ich habe es noch ein paar andere spielgeschichte noch zock so egal ob es euch gefallen mit der grenien sondern warte mit und ja ich probiere es noch weiter damit ich erst mal treffen krieg woher wir nicht löscht halt fertig ist mir egal so warte mit so dann bis zum nächsten mal wie es interessiert dann bis dann